manchen menschen sieht man direkt in ihrem blick an was sie alles erlebt haben ihre ausstrahlung ihre falten ihre furchen die gesamte ausstrahlung des gesichts sagt etwas aus über ihren weg und manchmal spürt man sofort dass sich hinter einer biografie ganz viel not ganz viel leid verbirgt wie wollen wir menschen begegnen damit herzlich willkommen zu mut für heute heute am dritten april 2020 wollen wir miteinander matthäus 25 vers 40b bedenken unter dem motto unerwartet jesus begegnen es gibt ja innerhalb dieser corona virus krisenzeit sehr viele begegnungen auch zwischen menschen die auf distanz stattfinden begegnungen am telefon begegnungen über skype oder facetime oder zoom oder welches instrument wir auch jeweils nutzen aber es gibt auch diese begegnung zwischen krankenpfleger und erkrankten es gibt die begegnung im altenheim zwischen dem pflegepersonal und den hochbetagten die besonders von angst gekennzeichnet sind in diesen tagen es gibt ein erstaunliches bibelwort wo jesus sich zu 100 prozent identifiziert mit denen die am meisten unsere hilfe nötig haben matthäus 25 vers 40b was ihr für einen meiner geringsten brüder oder für eine meiner geringsten schwestern getan habt das habt ihr mir getan was ihr für einen meiner geringsten brüder oder für einen meiner geringsten schwestern getan habt das habt ihr für mich getan wenn wir uns denen zuwenden die am meisten bedürftig sind denen die übersehen werden denen die unten rausfallen aus dem system denen die scheinbar keinen nutzen mehr haben für unser wirtschaftssystem wenn wir uns denen zuwenden die krank sind die behindert sind die hochbetagt und alt und pflegebedürftig sind ja wenn wir uns denen zuwenden die am korona virus erkrankt sind wie das ja viele im bereich der medizin jetzt machen und machen müssen dann sagt jesus der sohn gottes wer sich so ein menschen zuwendet der wendet sich ihm zu was für eine adelung adelung des sozialen verhaltens was für eine adelung der hilfeleistung sind wir uns dessen bewusst dass wir jesus dienen wenn wir uns denen zuwenden die scheinbar hilflos sind die scheinbar hilflos sind die nicht mehr weiterkommen ich finde das eine unglaublich motivierende aussage von jesus dass wir indem wir uns dem schwachen den bedürftigen zuwenden uns ihm zuwenden viele die helfen wissen das vielleicht gar nicht und andere kann es vielleicht besonders motivieren auch heute auch in diesen wochen dieser wirklich schwierigen zeit der corona virus krise motivieren sich von ganzem herzen denen zuzuwenden den wir uns vielleicht nicht zuwenden müssten wir könnten uns auch wegdrehen aber dass wir uns ihnen zuwenden die besonders unsere hilfe brauchen und dabei wissen wir dienen ihnen und wir dienen jesus dabei vielleicht ist das für den einen oder anderen auch eine geistliche überraschung eine überraschung im glauben dass wir wenn wir sagen ich würde gerne gott begegnen ich würde gerne jesus begegnen wir hier einen weg finden das zu tun dem der unsere hilfe hilfe braucht sich zuwenden in dem wissen dass wir damit nicht nur ihm sondern auch jesus dienen unser vater im himmel ich danke dir dass du uns lehrst das schwache das kranke das alte das behinderte das hilfsbedürftige nicht zu verachten und ich danke dir dass du uns helfen willst dass wir immer mehr deine gesinnung bekommen uns denen zuzuwenden die die zuwendung und hilfe besonders brauchen und so bitte ich dich für jeden von uns um diese beglückende erfahrung dass es erfüllt dass es sinn macht dass es freude auslöst dass es hoffnung vervielfältigt wenn wir uns denen zuwenden die unsere hilfe brauchen hilf uns heute und in diesen tagen und wochen besonders ganz konkret zu gucken für wen darf ich da sein wem darf ich im namen jesu dienen es gibt triftige und bewährte gründe zu hoffen das lernen wir jedes jeden tag aus gottes wort und ich freue mich über jeden der immer wieder einschaltet der diese mut macht botschaften mut für heute teilt mit anderen so dass die zahl derer die sich anstecken lassen in dieser scheinbar hoffnungslosen zeit anstecken lassen zu hoffen zu handeln und mutig zu sein gott segne dich darin gott behüte dich und setze dich zum segen für viele